Vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant ist die Rezension aus der FAZ zu dem eben erwähnten Kinofilm. Gestern Abend fand im Erotik-Kino Ecke-Pöllendorf-Straße die Uraufführung des 90-Minüters Anale Grande statt. In Anwesenheit der Hauptdarsteller und des Regisseurs gab es im Anschluss an die Filmvorführung außerdem eine kleine Podiumsrunde. Bei der es zu einem regen Austausch zwischen Künstlern und Publikum kam. Anale Grande ist der vielversprechende Debütfilm des Nachwuchsregisseurs Milos Wanz. Wanz führt behutsam sämtliche Charaktere ein und sorgt mit einer klugen Sounddramaturgie für den notwendigen emotionalen Unterbau. Dieses Wort kargen, wenn auch sehr fesselnden Dramas. Besonders hervorzuheben ist hier sicherlich die beeindruckende Leistung Scarlett Schlötzmanns, die in ihrer uneitlen Interpretation der Hauptrolle Busentrixi vor allem durch expressive Gestik und Mimik besticht. Mit welcher Präzision sie auf dem Höhepunkt der Handlungen, nicht nur im Beckenbodenbereich, sondern auch hinsichtlich des stimmlichen Ausdrucks zu Topform aufläuft, zeugt von solidem Handwerk und lässt auf eine gute Schule schließen. Regisseur Wanz versteigt sich nach der Vorführung gar zu dem Lob, die Schlötzmann sei eine geniale Genitale. Und man möchte ihm Recht geben. So ist es Schlötzmann zu verdanken, dass die bisweilen fadenscheinig konstruierten Szenen dennoch zu keinem Zeitpunkt Kraft- oder Saftlos wirken. Die Geschichte ist wie alle guten Geschichten im Prinzip einfach strukturiert. Die arme halbweise Busentrixi, in Klammern Schlötzmann, reist per Anhalter aus Niederbayern nach Venedig, um sich dort in einer Eisdiele ein paar Euro dazu zu verdienen. Da sie sich für die kostenlose Mitfahrgelegenheit erkenntlich zeigen möchte, beginnt sie auf einer Raststätte kurz vor Venedig mit dem muskulösen Fahrer, in Klammern überzeugend Henning Schribke. Eine Beziehung, die dieser jedoch trotz ihres heftigen Feierabendverkehrs gleich wieder beendet und weiterfährt. Wieder solo und nach wie vor arm, heuert Busentrixi in einer Gelateria direkt am Canale Grande an. Diese gehört dem despotischen Gino Gigante, in Klammern etwas steif Sönke Schmidt, dem alle Eisdielen Italiens gehören. Er arbeitet Busentrixi nach Feierabend gründlich ein und schon bald beherrscht die fleißige Schülerin ihre Handgriffe so gut wie die professionellen Eisverkäuferinnen in Ginos Laden. Mit diesen versteht Busentrixi sich auf Anhieb sehr gut. Es kommt zu spontanen Sympathiebekundungen auf dem Tresen der Eisdiele, was Gino Gigante allerdings beobachtet. Um einer Bestrafung oder gar Entlassung zu entgehen, bieten die Eisverkäuferinnen ihrem Chef einen Ausflug ins schöne Po-Delta an, woraufhin sich dieser versöhnlich zeigt. Es kommt also zur finalen Orgie, in welcher Busentrixi beim Vollzug der Federhocke auf Ginos Gemächt einen Leberfleck entdeckt, der beweist, dass Gino Busentrixis verschollen geglaubter Vater ist. Die Wiedersehensfreude ist groß und wird alsbald vor der herrlichen Kulisse der Villa Bunga in Klammern Szenenbild und Ausstattung Silvia Veros Zonfried im allerengsten Familienkreis mit der rüstigen Großmutter in Klammern erstaunlich gelenkig Heidelore Remsch und deren verspieltem Schoßhündchen Bippo gebührend gefeiert. So kommt es bei Alla, dem Film innewohnenden Dialektik, zu einem erstaunlich widerspruchslosen Happy End, bei dem die Protagonistin nicht nur ihre Familien, sondern auch ihre finanziellen Probleme gelöst sieht. Als Tochter von Gino Gigante ist sie nun Teil der größten italienischen Eisdielen-Dynastie, was Milo Schwanz zwar nicht explizit ausspricht, aber in einer letzten Einstellung auf die mit einem Eishörnchen masturbierende Schlötzmann wunderbar ironisch versinnbildlicht. Anale Grande ist ein Film der großen Gefühle. Regisseur Wanz gelingt es mit Liebe zum Detail, Momente von atemberaubender Intensität zu schaffen, wie etwa durch die Nahaufnahme einiger Liebestropfen auf Schlötzmanns Stirn. Es sind diese Momente, die den Zuschauer bisweilen vergessen lassen, dass es sich hier um reine Fiktion handelt. Die Ästhetik der Eindeutigkeit und die nahezu beängstigende Schlötzmannsche Authentizität führen zur Aufhebung der Illusion und damit zur gewollten Identifikation des Zuschauers mit der Protagonistin. Dessen Mitleiden und Mitlieben erzeugt letztendlich dieselbe Katharsis wie bei der Figur Busentrixi. Fazit? Man muss Anale Grande nicht mit dem Verstand begreifen, um es zu lieben. Fürs Cineasten ein absolutes Nass. Applaus 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 Applaus